Ja, hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Cry 4. Ja, wir haben jetzt hier diesen Turm eingenommen und ganz ehrlich, ja. Ich mach hier mal diesen Airdrop. Schieß los. Wir haben in deiner Nähe ein paar Pakete verloren. Ich schicke dir die Koordinaten. Du musst diese Pakete unbedingt vor die Plur's Männern finden. Das mach ich. Rein, Seema, machen wir. Genau. Ja, der holt uns. Geht's noch? Nehm ich, alles nehm ich! Wohl Rot und Feldbrauch, hier hat grad keins! Oh! Das brauche ich! Ich hab das Erste! Gute Arbeit, nur noch eins! Pass auf dich auf! Klar pass ich auf mich auf! Ich fahr nämlich in der angesenkte Wildsau, aber ich pass auf mich auf! Wuhu! Wuhu! Hallo! Du hast schon verloren! Boah, das üben wir nochmal, ne? T-Shirt! Nein! Was haben wir hier? Tenzin gesichert! Fahnisch! Wir haben den seltenen Rothund gesehen, den die Einhälschen in seiner Gegend Tenzin nennen! Moor zahlt Höchstpreise für die seltenen Tiere! Besonders für die, die bei den Heimchen... Ah! Alter, er hat's noch was! So, dann haben wir das auch schon mal durchsucht. Da waren wir dann Honigdachs. Dann weg, du Vogel! Ist doch nicht wahr! Nein, 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 nein! Gut, hat sich erledigt. Aber man merkt immer, wenn man gerade wieder angefangen hat, das muss man dann noch mal... immer wieder ein bisschen weiter üben. Hä? Nämlicher Honey Badger. Jetzt, wo ich keine mehr brauche, jetzt sind sie überall, ne? Aber brauche ich tatsächlich keine mehr in der Herstellung. Hab jetzt alle... Da brauche ich Kürat Fashion Week. So. Also... Maximales Gegen... Upgrade! Okay! Trage eine Seite, wovon drei andere beliebige Waffen. So muss das. Aber dann kann ich ja jetzt... Wartet mal... Ne, kann ich jetzt nicht, da muss ich wieder ins... ... oder ich nehme ja einfach hier diese Kalaschnikow mit. Genau. Ist zwar immer noch ein bisschen laut... Und das war das Letzte. Was ist da drin? Kümmer dich nicht drum! Bring sie einfach zu diesen Koordinaten! Schnell! Oder? 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 Einfach mal das Volk über den Haufen gefahren. So. Gut. Geh weg. So weit, so knusprig. Wir könnten hier jetzt noch da unten. Was ist das da unten? Wisst ihr was? Da gehen wir jetzt hin. Da gehen wir jetzt hin. Wir holen uns jetzt hier die Beutekiste. Und dann gehen wir hier runter. Ich will wissen, was da unten ist. Und dann machen wir hier den kleinen Schlenker. Gehen zurück und befreien den Außenposten. Ich halte das mal einen sehr guten Plan. Ne, Fähigkeiten wähle ich jetzt gar keine. Hab nämlich nur eins. So, alle Blätter einsammeln. Wer schießt denn da? Wir haben alle von den Schauprozenten... ...Kürats Landschaft. Als Banachur sein Schöpfungslied sang, erwachte der Dämon Jalung in der Tiefe. Er wurde eifersüchtig auf die Melodie und griff Banachur an. Ein Kampf über Ionen entbrannte zwischen den beiden. Der siegreiche Banachur verschlang Jalung und spuckte ihn über das Land, wo seine Körperteile Klippen, Höhlen und Kavernen schufen. Dieser Zyklus wiederholt sich, wie es scheint, bis in alle Ewigkeit. Man kann in den Richtungen gehört. Es ist eine Schande. Eine Schande. Ja, ja. Ich will es trotzdem wissen, was da unten ist. Da unten, da oben, je nachdem. Oh, ein kleiner Elimpfand. Was, Karma-Ereignis? Geiselbogen. Wo ist ein Karma-Ereignis? Ich dachte gerade, es sind nur Schweine. Da war doch gerade einer. Ich habe dich gesehen. Wo ist er jetzt, der Schwachmat? Der war doch gerade noch da. Oder wurde der vom wilden Affen gebissen? Die Jungs mit dem roten Haarteil. Ihr könnt doch nicht einfach verschwinden. Du, ah, der mich ja Vogel. Da ist er. Der Feind ist hier! Halt auf den Kohl! Los, 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 los! Wo ist die Biele? Da liegt die Biele! Ja. Halt auf den Scheiße! Du musst nachladen! Bei den Göttern! Wer schießt da? Ich nicht. Was ist denn bei denn hier? Okay, das ist tatsächlich ein Lager. Ah, ein Lager! Ein Lagerlager! Das scheint was Größeres zu sein hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Was ist das? Okay, ich glaube, das hat was mit der Quest zu tun. Okay, dann gehe ich hier mal nicht her. Oder? Wir könnten hier, da haben wir noch drei. Haus Chiffon. Hier, hier ist noch so ein Nachschub-Dinger. Weißt du was? Wir machen jetzt den da einfach. Dann haben wir den auch schon mal weg. Und dann können wir hier noch ein paar Sachen einsammeln. Doch, doch, das klingt jetzt nach einem... Klingt jetzt nach einem guten Plan. Oder? Nee, nee, ich habe gesagt, wir wollen den hier machen, gell? Wir wollten den hier machen. Dann machen wir den jetzt auch. So, zum Abschluss noch. Ah, geht doch halt mir aus dem Weg, ernsthaft. Hier ist Gabi Rayrunner und ich habe ein Hühnchen zu öffnen. Ich bin Tagans Propaganda. Ah, da. Der Arter kreis an! Deck mich, ist da und nach. Bleib stehen! Du bist tot. Oh, was blau ist. Jungs, Drogen sind schlecht für euch. Nilo! Nilo! Karma Level 2. Oh, ein Hubschrauber! Komm ich da... Ja, ich bin ja gleich ums Eck. Aber was haben wir hier? Eine Kiste. Komm, die holen wir uns noch. Die Kiste... Ist ja gleich ums Eck. Oh, der Elenpfand. Hallo, großer... Hallo, mein Dicker. Oh, was ist denn euch über... Über die Leber gelaufen? Oder soll ich sagen, über euch drüber gelaufen? Neeeheb. Neee. Shutterbug? Ich muss da irgendwie... Hallo Kreh, ich brauche eine höhere Aussichtspunkt. Was ist da? 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 Jetzt lass noch mal gucken. Was ist da? Wo kommt denn da jetzt ein Tiger her? Ernsthaft? Ernsthaft? Da war... Wo kam denn jetzt der Tiger her? Was ist da? Da war mein Tiger. Was ist da? 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 Ja... 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 Ansonsten... Da brauche ich Panzer Nasser und da brauche ich... Okay... Das ist weglos nach Hause zu gehen... Das ist nicht mehr für mich... Nein... Aber hierher aus dem Andersen... Meine Zeit... Erfahr aika nach vorne... Aus der Sicht zu fiction! Tot war всё, magari. Aus der Sicht zuercie... Oh nein... Oh ja, keine Gnade. Ich bleibe da oben. Okay. Konzentriert euch. Keine Gnade. Hm. Ja, komm doch. Ja. Ja, hier bin ich. Sie haben die Elefanten getötet. Ihr habt doch echt einen an der Waffel. Die armen Elefanten. Da hat sich jemand vorgenommen, Außenposten zu erobern. Aber mach langsam. Du hast noch viel zu tun, bis die Chancen ausgeglichen sind. Ja, ja, kein Stress. Der Boss sagt, eine Schmugglerbande hat sich oft in der Gegend hier versteckt. Aber jetzt sind sie alle tot. So übt die königliche Gnade Vergeltung. So, was ist denn hier? Wir brauchen eine neue Quelle für Schusswaffen. Wir freien den Außenposten, wo alle Gegner tötest. Und ihr Land ist jetzt ein Opiumfeld. Okay. Was? Was, was, was? Oh, nee. Ja, ich will diese Mission abbrechen. Also, bitte. Das wollte ich jetzt nicht machen. Habe ich denn jetzt? Ja, den habe ich jetzt. Okay, dann weiß ich einfach, was das jetzt für eine Mission ist. Das ist auch nicht schlecht. Aber die Jungs sind jetzt alle weg. Okay. Was gibt's hier? All den Tag. Okay, hi. Ah, guck mal hier. Besonders fällt von Tenzin, dem selbenen Rothund. Hey, Mr. Chiffon. Ja. Ich habe dein neuestes Design gefunden. Das mit dem selbenen Rothund. Sieht gut aus. Das liebe ich so an dir, RJ. Du tust nicht so, als hättest du Geschmack. Im Gegensatz zu Mines. So launisch. Ändert ständig seine Meinung. An einem Tag ist der Anzug perfekt. Am nächsten nicht mal gut genug für die Hunde. An einem Tag hat man eine Suite im Palast. Am nächsten jagen einen diese Hunde durch die Berge. So ist die Mode, schätze ich. Du hast ja so recht. Die Hülle ist nicht weit weg. Sei grimmig, RJ. Ich bin grimmig. Sowas von grimmig. T-Shirt, geh fort. Der dämliche Tiger. Der dämliche Tiger. Lalalala. Jaja. Das ja grimmiert und rüstet mich aus. Gut, liebe Leute. Das machen wir aber das nächste Mal. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt Far Cry 4. In diesem Sinne. Ich bin der Doktor. Und sage Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.